Ich werde es nun enthüllen. Es ist ein Objekt und es besteht aus nichts. Sein Name lautet Ode an die alten Täter. Es kann doch nicht sein, dass meine Identität ausschließlich an meiner Sprache oder konkreter an diesem Körper hier gepoppelt ist. Schieb euch selbstreferentiellen Sprachpolizisten, euch selbstempfindlichen Ich-Lobbyisten, euch hochverängstigten Dumpfhirnprovinzlern, euch samenverklebende Senzfetischisten, euch transnationalen Gauleiter-Nazis! Schieb! Du Kleine! Ja, genau. Dreckige! Ja, super! Ja, genau, ja! Ja, genau, super! Schieb! Und stampfen wir, stampfen durch die Stadt, als stampfen durch die Stadt, durch die Stadt! Schieb! Es gibt von Vernunft kein Plural. Es gibt nur eine Vernunft. Und jetzt ist Schluss. Warum wollen denn alle Diktatoren erst immer einmal Künstler sein? Weil wir, und das spürt ihr, weil wir selbst schuldig sind, wir erschaffen und deshalb zerstören wir auch. Seit jeher haben sich Kunst und Macht gegenseitig infiziert. Der Wille zum Form wurde in irgendwelche lächerlichen Ämter gehievt sofort zum Willen zur Zucht. Und selbst wenn ihr das alles nicht wisst, spürt ihr es. Ihr spürt die böse Kraft in uns, denn die kennt ihr von euch selbst. Ja, ich bin das Böse, das Kalte. Ich sing euch das Kalte. La, la.